Im Bereich der Gäste erzählen wir heute. Stopp! So, an die Kühne hinkriegt man dann Ausdruck für den Absparmung, nochmal 6,3 Stunden. Dann haben wir die Absparmung mit einer Ausdruck 2,3,6. Dann kommt ein Nachschluss, ein Rohmachcheck, einmal ein Fahrverkehr. Check öfter, heute vorgestellt, von 8. Platz bis 6. So, an die Kühne. Was ist passiert? Da sehen wir, dass wir jetzt ein Anstreifen. Vielleicht wäre es nicht. Dann sind wir jetzt gerade unbedingt nach der Ausdruck. Gerade da sind wir noch Zipper. So, ich denke, ich arbeite jetzt nicht beim Oberkampf an der Hand. Vielleicht möchte ich gerne den Oberkampf ein, was da vorbeigeht. Danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie hier sind. Danke. 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 Danke.